Hallo Vogue Germany, ich bin Sidney Lohmann und spiele beim FC Bayern und in der deutschen Frauennationalmannschaft im Zentralmittelfeld. Einfach die Freude daran, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und Spiele zu gewinnen. Für mich als Fußballerin ist die größte Herausforderung auf dem Punkt, für die Spiele fit und gesund zu sein und zu performen. Für die Zukunft des Frauenfußballs wünsche ich mir, dass die Entwicklung, die wir gerade erleben, so weitergeht, dass wir viele Menschen begeistern können und dass vor allem junge Mädels uns als Vorbilder sehen und auch mal in unsere Fußstapfen treten möchten.